was geht ab liebe laute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von rejoined to souls. so wir machen jetzt hier an der stelle weiter wo es jetzt noch stehen geblieben sind und so hatten wir eine geburt hinter uns und jetzt einfach die folgende sequenz gehört jetzt dazu ich wünsche euch viel spaß dabei okay okay Was geht denn jetzt hier ab? Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Oh shit. Ach du Scheiße, Mann. Was geht hier ab? Ja moin. Scheiße, was ist das denn? Komm schon, Sammy! Spring! Spring! Nein! Nein! Ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Hopp! Was? Was war das? Los, raus! Raus! Was ist das Baby? Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Äh... Scheiße! Hopp! Lol! Ach du Scheiße! Hopp! Johnny! Nicht zieh aus hier! Huh? Ich denke schon was geht nicht ab, ich kann ja nichts machen Ach du scheiße, ein Schutzschild Jodie? Jodie, nein! Jodie, nein! Du, Stein! Ist sie okay? Ist sie okay? Ja. Oh, Jodie, oh mein Gott! Stein, nein! Oh! Oh! Was hast du? Was willst du tun? Stein! Hä? Scheiße! Warum machst du das? Jodie! Hilfe! Okay Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Komm schon, Jodie, du bist du! Oh, mein Gott! Komm schon, komm schon! Oh, mein Gott! 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 Ach du scheiße! Ach du scheiße! Ich bin nicht in Ordnung! Oh nie! Jodie ist weg! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Nein! 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 Scheiße! Wir verlieren Sie! Bitte bleib bei uns, Jodie! Bleib bei uns! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Ich bin nicht in Ordnung! Ich bin nicht in Ordnung! Okay... Ah ja! ok man kennt es man kennt es gerade noch mit der feuer im feuer auch vergiftung auf mal passiert sowas man kennt es machen wir jetzt hier einen auf poltergeist na dann ich habe es mir überlegt ich will mein baby bitte ich will sie sehen bitte lasst mich zu ihr bitte lasst mich zu ihr wer war die frau warum zeigst du mir das ist sie meine mutter was geschieht hier ok ok ist das die zukunft Aiden 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 Wieso Aiden mit ich wollte nicht mehr her ok ok okay Wir brauchen erstmal Anziehsachen und sowas. Keine Klamotten. Ich habe den Job und dieses kleine Appartement verkauft mir den Resten geil, mir gehts ganz gut. Komm wieder Jodie, wir vermissen dich. Oh nein, wie süß, wie lange waren wir denn weg? Zoe wird heute drei Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Elisa. Okay. Was ist hier drin? Was ist mit uns passiert? Aber wir haben auf jeden Fall eine heftige Kopfhunde. Okay. Okay. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Hassbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Oh oh. Ich bringe sie zu ihr. So, liebe Leute. Ich weiß, ich bin böse. Aber wir machen hier einen Cut. Vielen Dank wieder fürs Zuschalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Support ist gemocht. Ihr wisst ja, wie es läuft. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.